Bühne frei und viel Spaß mit Erwin, ein Schweinele-Bang! Erwin, Erwin! Gutschim, Gutschim, er tut vielleicht ein Steißer weh von diesem blöden Lattenzaun hier. Oh, oh, und da hocken sie ja. Hü, hü. Hü, hü. Hallöle. Margarätschen, mein Schnüffelnäßchen, meine frigide Frikadelle. Hü, hü. Hü, hü. Was sagt er denn? Margarätschen, ich verlasse dich. So, jetzt ist's raus. Du willst doch wissen, wo's hier Party gibt. Party? Junge, genau so was suchen. Ich lach mir gleich einen Knoten, du Kotelett. Also bitte, ich bin Filet. Ja, Filet, Filet, jetzt komm mal rüber, komm mal her, komm mal ran, man hier, du Filet. Was ist denn? Hast du schon mal was von den Ratta-Komben gehört? Von den Ratta-Was? Von den Ratta-Komben. Mann, das ist doch da, wo die Ratten wohnen. Von der Wiege bis zur Trage, ja, bis in die Rattenplagerie. Ra, Rattenplagerie, ja! Rattenplagerie, ja! Rattenplagerie, ja! Ich geb dir glaub' mir, Seise. Du hast aber die Zehn ausgesiesse! Ohlala, ja... Bin ich se, niggese, laller. Niggese? Niggese! Aber was willst du denn du für ausgefallene Deutsche? Männer! Meine Männer! So, da habt ihr nun so'n Sozialfall auf Rolle, he? Der alte Fritzheimer, du! Männer! Meine Männer! Halt die Schnisse, he? Fand er ganz locker, sag ich den dellende Kopf, dass die Katze draus Wasser saufen kann. Ja, wenn ich den schon sehe und ich stepp, darf ihn auch noch den ganzen Abend rumschieben. Nur weil ihm die U-Bahn die Viehs abgefahren hat, he? Ah ja, hätt's ihn ja nicht dumm bebrauchen, he? Im Prinzip hast du ja recht, aber hat er grad so günstig gestanden. Ja, da ist doch wieder Reskerbele. Aber Sefer, was ist mit dem Schweinebraten? Ich hab einen Hunger wie eine Gaule, he? Genau, mir knarrt schon die Leber her. Männer! Ihr wollt von mir wissen, wo dieser Schweinebraten bleibt! Herr Vater, ich hab dir's vorhin schon gedämmt. Mach jetzt dein blöd Maul auf! Da bin ich! Hui! Und? Und habt ihr mich erkannt? Achtung! Miek, 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 miek! Wer ist denn das? Ich bin der Bruno, der Erwin! Erwin? Erwin, der Schwein! Ich weiß nicht, was soll das bedeuten! Wie ist denn der Typ drauf? Geil ist der Typ drauf! Sau geil ist der Typ drauf! Ich dachte, dass wir heute Vlasiks esoterische Puppenbühne hier... Mag mir hier unten in die Ratte kommen? Was machen wir da unten? Mag mir eine riesen Party, die noch nie gesehen haben, die andere Ratte... Frauen! Frauen! Wuuuuh! Mag auch heute... Ich bete nur zu dir... Ah, nur zu mir! Erwin, ein Schweineleben! Jetspupple Musik Verk Judah Untertitelung des ZDF, 2020